Es kann auch nicht so einfach zugehen, dass eine Leistung durch die Steigerung der auf sie gerichteten Aufmerksamkeit garantiert, durch die Herabsetzung der Zerben gefährdet wird. Es gibt eine große Menge von Verrichtungen, die man rein automatisch mit der geringen Aufmerksamkeit vollzieht und dabei doch ganz sicher ausführt. Der Spaziergeber, der kaum weiß, wo er geht, hält doch den richtigen Weg ein und macht am Ziel halt, ohne sich vergangen zu haben. Wenigstens in der Regel trifft er es so. 5. Manifest. Gehen Sie sich nicht.